Level 59, ehemaliger Parlamentarier. Aus der Fortschrittspartei ausgeschlossen nach der Veröffentlichung eines von Kiki Unbekannt heimlich gefilmten Videos, das zeigte, wie er vor einer Rachepornoseite sitzend auf die Bilder einer leider nicht ganz volljährigen Teenagerin onanierte. Julia Nonne, Level 71, Quality Lands berühmteste Moderatorin, bekannt durch ihre Talkshow »Die nackte Wahrheit«, Bob Vorstand, Level 89, Martins Vater. Ein unfreundlicher, geschmackloser, hässlicher, gemeiner, geiziger, gieriger, notgeiler, unbeliebter, unsportlicher, fetter, stinkender, schnaufender, schwitzender, egozentrischer, humorloser, kulturloser, verlogener, untreuer, frauenverachtender, chauvinistischer, rassistischer, homophober, kranker alter Kotzbrocken. Aber sehr reich. Konrad Koch, Level 92, ehemaliger Fernsehkoch, knapp unterlegener Präsidentschaftskandidat der Qualitätsallianz. Jemand, der Sätze mit »Ich bin ja kein Rassist, aber« beginnt oder, wie Aisha ihn nennt, ein »Parlament-Arier«. Toni Parteichef, Level 93, Vorsitzender der Fortschrittspartei, Johns Vize, inzwischen amtierender Präsident Quality Lands, charmant, lässig, volksnah, all das sind Fremdwörter für ihn. Henrik Ingenieur, Level 99, Chef von »The Shop«, dem weltweit beliebtesten Versandhändler. Der Alte, Level unbekannt, ein alter Computerfreak, der daran arbeitet, das ganze Internet zu löschen, oder so etwas in der Art, jedenfalls vermutet das Peter Arbeitsloser. Kiki unbekannt, Level unbekannt, Profession unbekannt, Beziehungsstatus unbekannt, Aufenthaltsort unbekannt. Prolog Der Puppenspieler Der fette Frank sortiert die gebrauchten Geräte in seinem Kellerladen. Es ist eines dieser Geschäfte, von denen nur hinreichend zwielichtige Leute wissen, dass sie überhaupt existieren. Der fette Frank ist dürr wie eine magersüchtige Teenagerin. Keiner weiß, warum ihn alle den fetten Frank nennen. Es ist halt so. Er heißt noch nicht mal wirklich Frank. Vom gejailbreakten Smarm über abgefahrene Cyborg-Implantate bis hin zum Smart-Home-Cracker gibt es bei ihm alle Arten von Elektronik, solange sie in das Spektrum zwischen halblegal und absolut illegal fallen. Herzlich will, herzlich will, herzlich willkommen, sagt Franks Tür. Es ist nicht so, dass die Tür stottert. Es haben nur direkt hintereinander drei Leute den Laden betreten. Was kann ich für Sie tun? fragt Frank. Frank. Es klingt so, als wäre er noch im Stimmbruch, dabei ist er schon fast 40. Er dreht sich zu seinen Kunden und sagt, heilige Scheiße. Vor sich sieht er zwei Gangstertypen in dunkelgrünen Jogginganzügen. Der eine groß und dürr, der andere klein und rund. Zwischen ihnen steht ein roter, fast gesichtsloser Roboter. Eine einzige große Facettenkamera prangt wie ein riesiges Fliegenauge dort, wo der Nasenrücken eines Menschen wäre. Natürlich hat Frank schon von diesem Roboter gehört. Es ist der Zyklop. Er weiß auch, dass der Zyklop kein Androide, sondern ein Avatar ist. Ein Roboter, der von einem Menschen ferngesteuert wird. Und jedem in der Unterwelt ist bekannt, von wem der Zyklop ferngesteuert wird. Der Puppenspieler, haucht Frank. Mein Ruf eilt mir mal wieder voraus, sagt der Puppenspieler. Der Raum vibriert von der dröhnenden, tiefen Stimme seines Avatars. Die beiden Gangstertypen grinsen dämlich. Das sind meine beiden Handlanger, sagt der Puppenspieler. Der große Dürre nickt Frank zu. Bertram, sagt er mit starkem englischen Akzent. Der kleine Runde hebt grüßend die Hand und sagt. Ernst, meine Freundin nennt mich Ernie. Aber er ist nicht dein Freund, oder du Trottel, fragt der Puppenspieler. Nein. Ich, was, was verschafft mir die Ehre, fragt Frank. Und seine Stimme überschlägt sich wieder. Er beobachtet die beiden Gangster, wie sie die Regale mit den Waffen entlang schlendern und einfach einstecken, was ihnen brauchbar erscheint. Als wäre hier alles umsonst. Lenkflug, Munition, IMP-Schocker, Einweg-Raketenwerfer. Wenn sie Ersatzteile brauchen, sagt Frank. Der Zyklop packt ihn an der Kehle und drückt ihn gegen die Wand. Jetzt pass gut auf, du Wurm, sagt der Puppenspieler. Ich werde. Dann scheint die Zeit.